Harry betrat das Queen Elizabeth, die zweite Konferenzzentrum, zusammen mit Ginny, Neville und 15 aufgeregten Kindern. Harrys Schutzbefohlene, alle in individueller Muggelkleidung, hielten sich an den Händen und standen eng bei Ginny und Neville, während er sich umsah und versuchte herauszufinden, wohin sie gehen mussten. Auf Dracos Einladung hatte gestanden, dass die Spendenaktion in der Sanctuary Hall im Erdgeschoss stattfinden würde und die Hauptveranstaltung danach in den Churchill-Saal verlegt werden würde. Doch Harry hatte keine Ahnung, wo diese beiden Räumlichkeiten lagen. Er blickte sich um und versuchte zu erraten, in welche Richtung die Halle sein könnte oder zumindest ein Piktogramm zu erhaschen, welches die Richtung andeutete. Das Konferenzzentrum schien diesen Nachmittag nicht nur eine, sondern gleich vier Veranstaltungen zu beherbergen. Etwas verloren war Harry dankbar, als er jemanden über den Weg hinweg seinen Namen rufen hörte. Er sah eine Hand, die über die Massen hinweg winkte, und Harry lächelte glücklich, als Blaze in Sicht kam. »Hi, Blaze!« grüßte ihn Harry und reichte seine Hand, um Blaze fest zu schütteln. »Toll, dich hier zu finden. Das ist ja hier der reinste Zoo!« Blaze lachte und nickte. »Erzähl mir was davon. Draco hatte vorgeschlagen, dass ich euch am Eingang abfangen und herumführen soll.« Blaze drehte sich zu Ginny und lächelte. »Ginny, schön, dich wiederzusehen. Hübsch wie immer.« Er nahm ihre Hand und brachte sie zum Gruß an die Lippen. Ginny wurde rot und zog ihre Hand wieder zu sich, um sie in Neville's zu legen. Blaze nahm Neville's Anwesenheit mit einem Nicken zur Kenntnis. »Longbottom, gut, dich wiederzusehen.« Neville erwiderte das Nicken lächelnd. »Also, wie sieht der Plan aus?« fragte Harry sich umblickend. »Wie ich schon sagte, Draco hatte vorgeschlagen, dass ich euch hier abfangen und herumführe. Er dachte, dass ihr eventuell jemanden Zusätzliches brauchen könntet, euch mit den Kindern zu helfen, da sie sich in Muggelumgebungen nicht auskennen.« Blaze hob seinen Arm und zeigte nach links. »Die anderen Kinder sind hinter dieser Doppeltür.« »Das ist toll, Blaze, wir wissen deine Hilfe zu schätzen«, meinte Ginny lächelnd. »Bei diesem Haufen hier sind ein zusätzliches Paar Augen immer nützlich.« Blaze nickte und führte die Gruppe in die Sanctuary Hall. Harry war schon auf vielen Veranstaltungen gewesen, doch keiner kam der hier in Größe und Prunk nach. Der Raum war hell erleuchtet und eine große Glasfront gab einen ungetrübten Blick auf den Big Ben des Londoner Eye und Westminster Abbey frei. Harry konnte einige seiner Kinder wegen den Mugellichtern und Fernsehern aufgeregt flüstern hören, die an verschiedenen Stellen im Raum aufgestellt waren. Ginny, die mit Neville die Nachhut gebildet hatte, ging zu Harry und lehnte sich vor, ihm ins Ohr zu flüstern. »Wir sehen völlig fehl am Platz aus.« Harry konnte ihren Unmut fast schon in der Stimme hören. »Ich habe dir doch gesagt, dass du für sie lieber etwas aussuchen hättest sollen, was Uniform ähnelt.« »Ach, Unsinn!« Harry drehte sich zurück und lächelte die Kinder an. »Die Kinder haben sich ihre Kleidung selbst ausgesucht. Ich finde, sie sehen großartig aus. Dumbledore wäre stolz.« »Aber Harry,« antwortete Ginny nervös, »sie sind nicht angezogen wie alle anderen Kinder hier.« Ginny zeigte auf die anderen Kinder, die alle in Uniformen gekommen waren, denen jegliche Farbe fehlte. Harrys Gruppe, obwohl größtenteils nicht zusammenpassend, schien dagegen im Vergleich zu strahlen. »Ihre Kleidung wird ungewollte Aufmerksamkeit auf sich ziehen.« Harry verwarf es mit einem Schulterzucken und blickte sich wieder bei den anderen Gruppen um. »Jeder hier ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie uns überhaupt bemerken würden, Ginny. Mach dir also keine Sorgen deswegen.« Als Harry eine sanfte Stimme an seinem Ohr hörte, erstarrte er. »Bist du dir das sicher, Potter?« »Ich würde es nicht bezweifeln, deinen Haufen eine Meile weit weg ausmachen zu können. Sieht so aus, als ob sie in Potters Schule für Mode gegangen wären.« Harry war erschreckt von dem Atem, der sein Ohr küsste und lehnte sich unabsichtlich näher an Dracos Oberkörper. »In der Öffentlichkeit, Potter?« rügte Draco sanft, und Harry atmete den unmissverständlichen Duft von Aftershave ein, an den er sich vom vergangenen Tag erinnerte. »Sicher, dass du das nicht auf später verlegen willst? Ich verspreche dir, das Warten würde sich für dich lohnen.« Harrys Augen wurden groß, und er trat schnell beiseite. Draco grinste und sprach in einer Lautstärke weiter, die Harrys gesamte Gruppe hören konnte. »Ich freue mich, dass Blazey euch alle gemeinsam gefunden hat. Ich dachte mir, dass ihr gegen einen zusätzlichen Aufpasser nichts dagegen habt, während ihr euch hier durch diesen Bazar schlängelt. Vergebt mir bitte, dass ich so kurz angebunden grüße und wieder verschwinde, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Bye.« Harry, Ginny, Neville und Blaze blieben starr zurück und blinzelten Dracos Rückenansicht an. »Wow, der Mann hat's wirklich eilig«, meinte Ginny schließlich, was Blaze zum Lachen brachte. »Er hat nicht gescherzt, als er sagte, er hätte heute viel zu tun. Ganz sicher beneide ich ihn nicht.« Blaze warnte sich an Ginny, Neville und Harry. »Egal, was würdet ihr gerne machen? Wir könnten die Kinder in Gruppen aufteilen, oder wir könnten uns als eine große Gruppe umsehen, was auch immer leichter wäre.« Harry blickte hinunter, als er spürte, wie er an seinem Pullover gezogen wurde. Es war Elijah, der ihn mit großen blauen Augen ansah. »Das war doch der große Mann, der mal zu uns nach Hause gekommen ist, oder?« Harry lächelte zu Elijah hinunter und nickte. »Das ist er. Er ist der, der uns die Besen geschenkt und der diese ganze Veranstaltung hier organisiert hat.« Harry wandte sich zu den restlichen Kindern und lächelte. »Was würdet ihr gerne zuerst machen?« Rachel, eine Siebenjährige mit Weasley-roten Rattenschwänzen, sprang vor und zeigte in die Ecke, wo mehrere Computer standen. »Ich will wissen, was diese leuchtenden Kistendinger sind.« Einige der anderen Kinder schlossen sich ihr an. »Ich will zu den Tischen, wo sie die automatischen Federndingern haben und das Pagament,« warf Dominic laut ein. »Billy, Sean und Elijah machten ihre Zustimmung lauthals kund.« »Was noch?«, fragte Ginny den Rest der Kinder, die sich noch nicht geäußert hatten. Ein kleines Mädchen, die einen leuchtend orangenen Rock und violetten Pullover trug, zog an Ginny's Rock. Als Ginny sich vorlehnte, wisperte das Mädchen in ihr Ohr. Ginny lächelte und nickte. »Maron würde gerne zu der Lesegruppe gehen und den Geschichten zuhören, die sie dort erzählen, und danach zum Fingerpuppentheater.« Harry nickte. »Das sind alles tolle Ideen. Warum teilen wir uns nicht in drei Gruppen? So kann jeder das machen, was er möchte. Ginny, du nimmst Maron und wer noch alles interessiert ist zur Lesegruppe. Ich nehme Dom und seine Clique hier zum Maltisch, und Neville und Blaze können Rachel und ihre Freunde zu den Computern begleiten.« Harry wandte sich an Blaze. »Ist dir das recht?« In einer unüblichen Sekunde der Sprachlosigkeit betrachtete Blaze die fünfzehn Kinder vor ihm und schluckte schwer. »Kein Familienmensch war's, Blaze«, flüsterte ihm Harry ins Ohr. Blaze räusperte sich und blickte Harry aus seinen Augenwinkeln an. »Ich überlege gerade, dass der Tod vielleicht viel zu gut für Draco wäre, nachdem er mich überredet hat, euch hier heute zu helfen.« Harry kicherte. »Und ich habe gedacht, du würdest die Chance nutzen, mir und den Kindern Gesellschaft leisten zu dürfen.« »Aber natürlich, wilde Pferde könnten mich auch nicht davon abhalten«, meinte Blaze trocken, was Harry noch mehr zum Lachen brachte. Draco war müde, obwohl er das niemals zugeben würde. Die Veranstaltung begann schließlich ruhiger zu werden, und die verschiedenen Teilnehmer sammelten sich gemütlich im Churchill-Saal für die Schlussveranstaltung. Die Lesung einer Geschichte mit dem angesagten und größten Kinderbuchautor. Draco blickte über das Meer von Köpfen und machte Potters Gruppe mühelos aus. Immerhin waren sie ziemlich schwer zu übersehen in ihren fast schmerzhaft beißenden Garnituren und den großen Augen. Er fragte sich, was Potters Kinder von der Veranstaltung hielten und ob sie ihren Spaß hatten. Nebenbei fragte er sich auch, ob Potter ebenfalls seine Freude hatte, aber nicht, dass es ihn wirklich interessierte. Als sich alle hingesetzt haben und die Reihen endlich still waren, ging Rose Bravo, Geschäftsführerin von Burberry Britt, zum Mikrofon. Sie grüßte die Zuhörer, gab die obligatorischen Weihnachtssprüche von sich und stellte alle Geschäftsführer vor, die zusammengelegt hatten, die Veranstaltung zu organisieren. Draco blendete ihre monotone Stimme aus und versuchte aus seinen Augenwinkeln heraus, den eingeladenen Schriftsteller unauffällig zu beobachten. Er sah, wie das rote Hemd die Haut des Autoren umschmeichelte und wie dessen braune Haare ordentlich frisiert und aus seiner Stirn herausgehalten waren. Dracos Finger juckten mit dem Verlangen, die Strähnen anzufassen, die so weich aussahen. Statt Bravo zuzuhören, wie sie weiterhin ihre Rede hielt, ließ Draco seinen Geist zu dem geheimnisvollen Autor wandern, während er sich Gedanken hingab, ihn für eine schnelle Nummer hinter die Bühne zu ziehen. Draco unterdrückte den Wunsch, seine Lippen zu lecken, während er sich vorstellte, wie er den Schriftsteller leer saugte, während 500 unschuldige Kinder keinen Meter weit weg saßen. Dracos Blick schweifte vom Autoren zurück über die Zuhörer. Unbewusst fand er Potters Blick und grinste. Vielleicht doch einen Dreier, mit Potter ihn vögelnd, während er dem Auto einem blies. Moment, kein Potter. Ein Dreier mit Potter wäre eine schlechte Idee. Ganz sicher eine sehr schlechte Idee, obwohl, Potter allein wäre nicht halb so schlimm. Nein, kein Potter, kein Dreier, kein Nichts. Plötzlich hatte Draco das Bedürfnis, aufzustehen und Blaze zu bitten, einen Vergessenszauber bei ihn zu legen, um alle Rückstände seiner letzten Gedanken auszumerzen. Als Rose Dracos Namen erwähnte, nachdem sie alle anderen beteiligten Menschen erwähnt hatte, wirkte sie ein wenig begeisterter und teilte dem Publikum mit, dass Draco derjenige gewesen war, der die Idee für die Veranstaltung gehabt und alles zusammengesetzt hätte. Das Publikum applaudierte laut und sie deutete Draco an, eine Rede zu halten. Draco verdrehte innerlich seine Augen und wünschte sich, er könnte Rose Bravo unter dem Imperius-Fluch setzen und sie damit direkt in die Themse springen lassen, während er zum Mikrofon ging und ein verhaltenes Lächeln zeigte. Sicher will hier jeder lieber der Geschichte, als einen Haufen alter Menschen zuhören, die über Erwachsenen Dinge reden. Deswegen halte ich mich kurz und freue mich schon, euch alle in meinem Geschäft, sobald es eröffnet hat, wiederzusehen. Jeder in diesem Raum bekommt von mir einen Gutschein für zwei Bücher geschenkt und ich hoffe damit, die Magie des Lesens an Menschen jeden Alters weitergeben zu können. Und um dessen Magie zu verbreiten, kann ich mir keine bessere Art vorstellen, als einen der besten Kinderbuchautoren unserer Zeit auf die Bühne zu bitten und euch eine Auswahl seines letzten Buches spät bei Nacht vorzulesen. Draco trat ein wenig beiseite, als der Mann vortrat. Meine Damen und Herren, liebe Jungs und Mädchen, Mr. Brian Kinney. Der Applaus war ohrenbetäubend, als Mr. Kinney selbstbewusst in die Mitte der Bühne hinter das dort aufgestellte Mikrofon schritt und sich auf einen hohen Stuhl setzte. Mr. Kinneys Gesicht erschien größer als in real auf zwei Bildschirmen vorne und am hinteren Ende des Saals. Draco konzentrierte sich auf seine haselnussbraunen Augen und sah zu, wie sie in der Beleuchtung funkelten. Mr. Kinney räusperte sich und plötzlich verstummten 500 Kinder. Jedes Augenpaar war auf die Bühne gerichtet und jeder Blick war voller verehrender Bewunderung. Als Mr. Kinney begann, aus seinem Buch vorzulesen, erwischte sich Draco, wie er von dem samtigen Bariton weggetragen wurde, als die Charaktere lebendig wurden. Er las eineinhalb Stunden vor, doch als er fertig war, fühlte es sich wie nicht mehr als zehn Minuten an. Selbst die Kinder waren nicht ganz so unruhig gewesen, wie Draco erwartet hatte. Als Kinney schließlich das Buch schloss und sich vorbeugte, erreichte der Applaus und der Jubel wieder ohrenbetäubende Dimensionen. Mr. Kinney ging zurück zu seinem ursprünglichen Sitz, während Rose Bravo das Mikrofon übernahm. War das nicht toll? fragte sie das Publikum. Ihre Frage wurde von einer weiteren Runde wilden Jubels und Applaudierens beantwortet. Als sich die Gäste wieder ein wenig beruhigt hatten, fuhr sie fort. Wir möchten euch allen fürs Kommen danken und entsprechend den weihnachtlichen Gedanken darf ich mich freuen, an euch ankündigen zu dürfen, dass ein ganz besonderer Mann sich diesen Abend Zeit für euch genommen hat und euch einen Besuch abstatten will, euch verfrüht, Geschenke mitzubringen. Draco verdrehte seine Augen. Er hatte dafür gestimmt, den Weihnachtsmann auszulassen, mit der Begründung, dass es eine kommerzielle Ohrfeige gegenüber der weihnachtlichen Gesinnung sei, auf der die ganze Wohltätigkeitsveranstaltung im Grunde aufbaute. Die wahren Hintergründe einmal dahingestellt. Die anderen Geschäftsführer jedoch hatten es nicht auf die gleiche Art gesehen. Sein Einspruch war mit zwei zu sechs Stimmen abgelehnt worden. Er versuchte, sein ablehnendes Schnauben zu vertuschen, als ein großer, eigentlich ziemlich schlachsiger Mann in knallroter Verkleidung und mit einem großen Sack über der Schulter durch die Tür kam. Die Kinder wurden sofort wild und belagerten den armen Mann umgehend. Ross, Diesels Gründer, lehnte sich näher zu Draco und mummerte ihm etwas zu. Immer noch schlechte Idee, Malfoy. Draco blickte zu den begeisterten Kindern und seufzte. »Finde ich schon, aber ich kann auch verstehen, dass ein Auftreten etwas für sich hat«, meinte Draco. »Ich glaube trotzdem, dass es besser gewesen wäre, den Kindern ohne Brimborium einfach von einem unserer Vertreter anstatt von einer nicht existierenden Person ihre Geschenkpäckchen in die Hand zu drücken.« Ross zuckte die Schultern. »Die Kinder können sich ein anderes Mal mit der Desillusionierung von Wahrheit quälen, sollen sie doch heute Abend ihren Spaß haben.« Rose Bravo, die das Ende ihrer Unterhaltung mitbekommen hatte, grinste. »Was denn, Renzo? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, Ihnen lege wirklich etwas daran.« »Das ist es nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Kinder hier ahnungslos sind und dass es grausam wäre, Ihnen etwas wegzunehmen, was Ihnen anscheinend so viel bedeutet«, verteidigte sich Ross. »Indem wir Sie mit unseren Werbegeschenken verderben, die wir von einem Mann machen lassen, den Sie vergöttern?« fragte Draco kalt lächelnd. »Wie unglaublich schön!« Darauf gab es keine Antwort, während Sie zusammen mit den anderen anwesenden Geschäftsführern zusahen, wie die Kinder den Mann belagerten, den sie bezahlt hatten, für einen Abend den Weihnachtsmann zu geben. Es war halb zwölf, als Draco endlich wieder in seine Wohnung war. Eilig zog er seine Jacke aus und ging in die Küche, um Orlando's Futter und Trinknapf zu füllen. Die Stille in der Wohnung wirkte lauter als der Saal vor wenigen Stunden. Draco ging in sein Schlafzimmer und lächelte kopfschüttelnd wegen seinem Kätzchen, welches in der Mitte seines Bettes schlief. Ungewöhnlich für ihn, zu faul seine Kleidung ordentlich zu falten, warf er sie stattdessen einfach über die Stuhllehne in der Ecke seines Schlafzimmers. Er schlüpfte ins Bett und stupste Orlando mit seinem Oberschenkel beiseite. Natürlich wurde dies mit grollendem Protest von seinem Kater begleitet, der gezwungen war, eine neue, bequeme Schlafposition zu finden. Als er es endlich geschafft hatte, es sich selbst gemütlich zu machen und es ruhig wurde, hörte Draco ein Klopfen an der Tür. »Ach!« stöhnte er auf und blickte kurz auf die Uhr, bevor er seinen Kopf unter dem Kissen begrub. Das Klopfen ließ nicht ab, bis Draco schließlich nachgab und die Bettdecke wegschlug. Er marschierte aus seinem Zimmer, griff sich seinen Morgenrock und riss die Wohnungstür mit erschöpfter Wut auf. »Was?« rief er, als die Tür den Menschen offenbarte, den er am wenigsten sehen wollte. »Ähm, ich schätze, ich hätte nicht mehr so spät vorbeikommen sollen. Ich hatte gedacht, du wärst noch wach zum Arbeiten, weil du doch anscheinend das so spät auch noch tust.« Harry biss sich auf seine Unterlippe und trat zurück. »Nein, Potter. Endlich habe ich eine Minute für mich selbst und habe mir gedacht, ich könnte schlafen. Schlaf, das, was die meisten Menschen während der Nacht zu tun pflegen. Doch leider wurde ich unterbrochen, wegen...« brach Draco mitten im Satz ab. »Was tust du überhaupt hier kurz vor Mitternacht?« »Ich wäre ja schon früher gekommen. Aber ich hatte nicht gedacht, dass du schon zu Hause sein würdest. Ich wollte dich nur wissen lassen, wie toll deine Wohltätigkeitsveranstaltung war. Die Kinder waren begeistert und sie alle hatten eine tolle Zeit. Das war sehr nett von dir, ihnen zu Weihnachten Bücher zu schenken, besser als bedeutungsloses Spielzeug. So wird das alles sehr viel mehr bedeuten. Zumindest hält es länger.« Draco starrte Harry ungläubig an und holte tief Luft. Er lehnte sich gegen den Türrahmen und verschränkte seine Arme vor der Brust. »Harry, was tust du hier? Warum konnte das nicht bis morgen warten? Soweit es unsere letzte Absprache angeht, hatte ich angenommen, ich würde morgen dein Verständnis für Literatur zurechtdrücken. Hatte ich das falsch angenommen? Warum bist du jetzt hier? Was war an diesem kleinen Gespräch so wichtig, dass es nicht hätte warten können?« Draco sah milde belustigt zu, wie sich Harrys Gesicht leicht rot färbte. »Kann ich hereinkommen?« Doch seine Belustigung schlug in Fassungslosigkeit über. »Harry, jetzt ist nicht die Zeit, deine unterentwickelten Verführungstaktiken auszuprobieren. Ich bin ihnen auch unter normalen Bedingungen nicht zugeneigt, doch nach Mitternacht bin ich wirklich gegen sie. Du hast diese unschöne Angewohnheit, dich in einen Ochsen zu verwandeln und Dinge zu tun, die wir später beide bereuen.« Harry ballte seine Hände zu Fäusten und löste sie, als er tief Luft holte. »Weißt du was? Verzieh dich. Ich bin hierher gekommen, um nett zu sein und dir zu sagen, dass deine Veranstaltung ein großer Erfolg war und alles wieder gut zu machen, aber du machst alles so verflucht unmöglich.« Harry blickte verärgert zu Draco hoch. »Was ist nur los mit dir und dieser verdammten Heiß-Kalt-Masche? Eine Minute wisperst du mir schmutzige Dinge ins Ohr und in der nächsten benimmst du dich wie ein Riesenidiot.« »Was hast du denn kurz vor Mitternacht erwartet? Weißt du, um wie viel Uhr ich heute aufstehen musste, Potter? Weißt du das? Sechs Uhr in der Früh. Sechs Uhr. Die Sonne war noch nicht einmal aufgegangen. Und weißt du, was danach war? Ich musste eine Veranstaltung leiten, die fünfhundert plärrende Gören umfasste, und einige von denen waren deine,« zischte Draco, der innerlich kochte und sich vor Frust mit den Händen durch seine Haare fuhr. »Und dann, als ich endlich daheim bin und gemütlich in meinem Bett liege und mein Kater sich an mich schmiegt, klopf Brillenschlange, Depp höchstpersönlich, an meine Tür und will ein belangloses Schwätzchen halten.« Draco hielt in seiner Triade inne und stach mit seinen Fingern in Potters Oberkörper. »Weißt du, wie unausstehlich mein Kätzchen sein kann, wenn es mitten in der Nacht aufgeweckt wird?« Harry murmelte etwas wie »Kann ich mir vorstellen«, doch Draco überging ihn völlig. »Er ist dann eine richtige Nervensäge. Jetzt wird er mich um fünf Uhr in der Früh aufwecken, nur um mir auf die Nerven zu gehen. Vergeltung von wegen«, beendete Draco brummend. Harry drehte sich um, um zu gehen, doch Draco hielt ihn am Oberarm zurück. »Ich glaube, ich habe dir heute Nachmittag gesagt, dass sich dein Warten lohnen würde«, meinte Draco ruhiger, während er Harry zu sich zog und grinste, als er Harrys Augen für Überraschung sich weiten sah. Er konnte die Wärme von Harrys Körper durch den Pullover hindurchspüren »Und die Anfänger seiner Erregung. Und ich schätze, wenn ich dein Warten belohnen will, sollte ich wohl damit anfangen«, murmelte Draco, strich seine Lippen gegen Harrys Ohr und genoss das Zittern, das er als Erwiderung spürte. »Und die Anfänger«, das er als Erwiderung spürte. »Und die Anfänger«, das er als Erwiderung spürte. Vielen Dank.